An der letzten Ecke, Without a Trace, Fehler von 8, Rot, 8, erreicht, Without a Trace führt 7, Rot, 7, Festpass, C-Meter ebenfalls in der Luft, Without a Trace, Guidance wird noch sehr schnell, Without a Trace und Guidance, Without a Trace und Guidance, Without a Trace gewinnt, vor Guidance, dann Sertiuk auf den Dronen, Nussi Amé, Vichero, German Jet an der Außenseite, dann versucht jetzt Alaska Joe endlich nachzusetzen, geht hier in die dritte Spur, macht auch Boden gut, an der letzten Ecke, Tonnus Duamé, Vichero innen, ganz außen kommt jetzt Alaska Joe, aber Tonnus Duamé führt, Tonnus Duamé, klar an der Spitze, Alaska Joe außen kommt, näher gemeinsam mit Vichero, aber das wird reichen für Tonnus Duamé, Tonnus Duamé gewinnt, vor Alaska Joe, Yonka Fanatic führt, ganz an der Außenseite, macht jetzt Wishta etwas Boden gut, muss allerdings zunächst um Pascha du Bourg herum, an der letzten Ecke, Yonka Fanatic, Wishta an der Außenseite, in der Mitte, Pascha du Bourg, 5, Rot, 5, 9, Rot, 9, Yonka Fanatic ist vor und bleibt es, Yonka Fanatic gewinnt vor, Wishta.